Man muss sich vorstellen, 9.000 Banken sind zugrunde gegangen, 30 Millionen Menschen weltweit arbeitslos. Und genau zu diesem Zeitpunkt hat eben der Herr Unterkuggenberger dann mit seiner Maßnahme erfolgreich gegensteuern können. Mein Vater hat dann immer gewisse Ängste gehabt, dass der Hitler mal Österreich kassiert. Das ist bis dahin eigentlich größte Geldexperiment in der modernen Geschichte. Dieser Film handelt von einem Experiment. Es nahm in den 1930er Jahren in der Tiroler Provinz seinen Ausgang. Bis heute gilt das sogenannte Wunder von Wörgl als Modell eines alternativen Geldsystems. Treibende Kraft dieses Wunders war ein einfacher Bahnbeamter und Lokalpolitiker, der in einer Zeit der wirtschaftlichen Katastrophe seine Gemeinde einte und zu wirtschaftlicher Blüte führte. Dies ist die Geschichte dieses Mannes und seiner Ideen. Mit zum Teil noch nie gesehenem Filmmaterial und mit Aufnahmen aus dem Spielfilm Das Wunder von Wörgl. Wir machen mal so eigenes Geld. Das ist die einzige Alternative, wo wir niemandem was wegnehmen müssen. Das Wunder von Wörgl. Die Dokumentation. Die Dokumentation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017